Hey Leute, ich bin's wieder, euer Mac Paverick. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Küchenspüle montiert und einbaut. Im ersten Schritt übernehmt ihr die Maße vom Küchenkorpus, der unter der Spüle ist, und übertragt die Maße auf die Küchenarbeitsplatte. Als zweites legt ihr die Küchenarbeitsplatte mit der Unterseite nach oben auf zwei Böckchen. Da ihr zuvor die Maße vom Küchenkorpus auf die Arbeitsplatte übertragen habt, könnt ihr nun dementsprechend die Küchenspüle auf die Arbeitsplatte auflegen und die Maße der Küchenspüle nun auf die Arbeitsplatte übertragen. Wenn ihr die Spüle eingezeichnet habt, müsst ihr noch eine zweite, nach innen versetzte Linie einzeichnen. Diese Linie ist der Abstand von der äußeren Kante der Spüle zur eigentlichen Montagekante. Hier beträgt der Abstand 1 cm. So schaut das Ganze dann fertig eingezeichnet aus. Die innere Linie wird dann ausgeschnitten. Bevor ihr die Spüle ausschneiden könnt, müsst ihr erstmal an jeder Ecke ein Bohrloch bohren, damit ihr da mit der Stichsäge ansetzen könnt. Nun sägt ihr vorsichtig die Spüle aus. Ich empfehle euch, die frischen Schnittkanten mit Silikon abzudichten, damit sie gegen Feuchtigkeit und eindringendes Wasser geschützt sind. Nun kommt die Küchenarbeitsplatte wieder auf die Küchenkorpusse drauf. Dann setzt ihr die Spüle in das ausgeschnittene Loch ein. Anschließend verbindet ihr die Spüle mit der Arbeitsplatte. Dazu benutzt ihr diese Klemmen, die ihr hier verschraubt. Und schon ist eure Spüle montiert. Wenn ihr nun noch wissen wollt, wie ein Wasserhahn eingebaut und angeschlossen wird, kann ich euch dieses verlinkte Video hier empfehlen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne kostenlos abonnieren. Dann sehen wir uns auch mal im nächsten Video. Ich sag bis dann, euer Mac Peverig. Ich sag bis dann, euer Mac Peverig.